Hallo und herzlich willkommen Leute zum nächsten Paradex Play War Thunder. Die Runde hat schon begonnen, ich bin aber nur gestartet. Mein inkompetenter Bruder war in meinem Zimmer und da hat mich das erste Flugzeug zerstört. Ich bin heute alleine, Kevin ist essen, Darth ist nicht da und deswegen bin ich alleine. Entschuldigung, dass die Aufnahme schon angefangen hat, aber ich hatte eigentlich schon im Ladebildschirm aufgenommen. Da ich manchmal diesen Fehler habe, wenn ich alleine spiele, dass ich nicht reinkomme wegen Verbindungsfehler und so ein Scheiß. Aber, ähm, ja, jetzt wird ihn gefecht und alles gut. Wo ist der Lapin? Wow, das war knapp, das war knapp. Oh shit, er beschießt uns. Abtauchen. Was neuer? Gut. Nein. Nein, ich hab nicht gefecht nach dem Felsen, das ist in meinem Plan. Da. Alles gut. Jetzt drehen wir das. Jetzt drehen wir den Spießt rum. Nein! Oh Mann. Oh Mann, gegen den Berg geflogen. Traurig. Naja, dann müssen wir halt nochmal neu. Probieren mit der VKW 190 A4. Nein, mit dem Lungsflugzeug momentan. Mit der BF 109 F2. So, wir picken uns einen einzeln raus, und zwar die MiG-3, da. Da ich hier keine Rückendeckung von Kevin oder David habe und ich alleine spiele muss leider. Obwohl, ne, wir gehen auf den Bomba. Nein, der brennt schon. Kippt bei den Kill. Treffer. Bomba ist tot. Ich schüttert mir zu viele. Daila hat mir lieber mal nachschnell. Bevor ich wieder von ihm und Momo angel, ich hoffe leider. Die EMR-Tiefflucht. Durch diese wunderschönen gestalteten Felsen fliegen. Das sind viele Gegner. So. Und dann ist Sneaky Angriff von hinten. Tieffluchtfluchtfluchtfluchfluchtfelsen fliegen. Mal hier durch. Ich muss einen Gegner herauspicken. Das ist Artiller, ich hoffe, du triffst uns nicht. Ich sitze ja so weit weg. Gut, wir gehen jetzt nicht zu viele. Wir schleichen uns an die Jagd heran. Wir pirschen uns an sie. Dann kommen wir mal ran. Irgendwie hat der Fall. Und Flugzeug zerstört. Da ist Nummer 2. Oh shit! Nein! 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 Helft mir, Teammates! Man, nur solche Esso ist echt. Ja, komm. Macht mir mal einen Kilo und ist sofort tot. Total unnötig, echt. Man, Bullshit echt. Bullshit. Bullshit. Von wegen der Piraten. für allebuiltere Typer sind nicht zusammen. Hey. Man kann das auf ein Teil in die Welt. Und das αποf Нуst letztend. will alles Angst sein damit sich wegklippen? Roman Wolf, Herrir dyeck den Prachtest oder gebeten dem da? Das ist unsere Maschinenkanone leer. Bam, Junge. So muss das. So, drittes Flugzeug abgeschossen. Ich würde sagen, die Runde ist gerade gut. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht direkt wieder sterben, so wie gerade eben. Wir laden das MG auch nach. So, momentan die Tickets. Seht ihr? So, das MG ist nachgeladen. Die Maschinenkanone ist auch gleich wieder ready. Dann brauchen wir uns nur noch ein paar Gegner raussuchen. Wo sich die VK-Wolf da ziemlich anbietet. Ne, sind mir zu viele. Drehen das doch mal bei. Vielleicht gehen die dann auf einen anderen Gegner. Wir kommen von hinten und snickern die uns dann. Richtig. Und jetzt wird der AD zum Angriff ausschreiten. 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 So, ja. Jetzt spielen wir mit Dreierflugzeugen. Da es ja ein Dreier ist. Der Würger. Soviel ich weiß. Und man trifft die Jag-1 hat mich nicht gesehen. So, Jag-1. Du bist mein. Hoppala. Nein. Nein. Nein, 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 nein so viel dazu, mein Bruder muss lernen auf jeden Fall man, ohne Kevin ist es echt scheiße, wenn man keine Rückendeckung hat wenn ich immer gegen die Felsen fliege, weil ich nicht so der Profi bin in dem Game aber naja mir geht es um den Spaß im Spiel muss nicht immer erster sein, obwohl es natürlich ein schöner Nebeneffekt ist, aber ich würde echt gerne mal so einen coolen Duesen-Läger haben lol okay, damit hat sich das auch gebrüht okay, die raucht komm zu Papa nein, klaut mir nicht meinen Kill ich sag's euch ich sag's jetzt, ich hab's Gefühl dass ich hinterher mir immer kommt oh mein, wir haben verloren oh, man oh, man so wir wurden 5. haben wir noch was bekommen cooles, oh, wir haben zum Freigestallte weiße Sterne 15 besiegte Spieler 300 haben wir zwei neue Abzeichen bekommen und uns fehlen noch 10.000 Erfahrungen man ist da für Ewigkeiten 61 Punkte zu verteilen das Bodenpersonal ein bisschen besser machen 10 ja passt so ähm geht es euch in die zweite Runde ich hoffe einfach dass wir in das Spiel kommen weil als ich vorhin aufgenommen sind wir in keinste gekommen und wir sind in dem Spiel drin das ist doch super nutz diese Zeit mal oh was spielen wir spielen eiserne Gebirgskette Bodenangriff ah ein Stück getrunken die VK-Wolf A1 erstmal zu Beginn so oh ja die Map haben wir schon mal haben wir die schon mal in der Aufnahme gespielt ich weiß es nicht wir fliegen mit der VK-Wolf A1 wir fliegen wir erstmal ein bisschen hoch so das Spiel läuft sogar ziemlich flüstig 120 FPS in der Aufnahme also mit vielleicht hätte ich da mehr Probleme zum Glück gibt es sowas wie Shadowplay was schon ziemlich cool ist finde ich die sind ja auch alle so hoch gut ich möchte nicht der erste auf den ich treffe auf den wir treffen wenn ich vielleicht am Morgen der tot ist nein was für den set nicht ich das ich ganz ich nach ich das ich 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 kann aber ich 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 Und da haben wir es zerstört, jawohl. Bodentruppenretter haben wir bekommen. Das finde ich doch schon mal gut. Laden wir gleich mal nach für den nächsten Kampf. Oh, 37 Sekunden, das ist ein bisschen viel. Naja, das kriegen wir schon hin. Können wir nicht vorerst nur mit dem MG spielen. Bis wir den nächsten Flieger finden, sind wir in die 16 Sekunden vergangen. Müssten noch irgendwo mal Gegner sein. Irgendwann eine Hurricane MC2000. Wie er jetzt ernsthaft mit einem Fluss hat er mich angezündet. Wir haben ein Loch in der linken Tragfläche. Wir haben ein Loch in der linken Tragfläche. Wir haben ein Loch in der Flügelsteuerung beschädigt. Oh, shit, wir haben das Feuer gelöscht. Wir haben trotzdem ein Loch in der linken Tragfläche. Wir sind hier noch... Okay, wir haben kein Sprit mehr. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Wir werden hier wahrscheinlich gleich abstürzen. Hüi... Hüi... Himmel... Wir schaffen es noch zu landen. Wie jetzt? Nein. Nicht... Ich möchte bei den Fahrwerk ausfahren. Okay, wir haben einfach... Keinen Spritz. Finde es gut Finde sein gefundenes Fressen Warte nach unserem sicheren Tod Da ist er Oh, ist er gar nicht gestorben Hat mir so etwas aufgebracht 3, 2, 1 So Das war es dann mit der VK Wolf 190 A1 Dann steigen wir sofort in die A4 Ein So Sind wir in der Luft Oh, da sind da viele Gegner Da sind einfach so viele Rot und einfach 0 blaue Punkte Die P39 Google zwar schon von 100 Die Jagdmüde, aber egal Ja, sie ist tot Alter Scheiße Sind da viele Ja, echt große Auswahl Okay, ist auch tot Spitfire 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 ist gut Alter, sind da viele Alter, sind da viele Und ich brenne natürlich Sofort Natürlich Meine Fresse Echt Ist unser Team eigentlich immer so Scheiße oder was machen die ganzen Mombos Das stimmtwork Was ist das? Ist das? Ja Leck 7 6 6 Ja, natürlich Na Nach 10 Sekunden ist man natürlich sofort tot. So wie es sich gehört. Meine Fresse, echt. Das kann doch nicht wahr sein. Man ist einfach immer sofort tot. Das ist so unlustig. So, hier ist ein Flugzeug. Die AK-7. Nicht mehr zu holen. Ich bin der Pilot sofort rausgeschossen. Ja, Felsen, komm, töte mich. Oh, Flugzeug zerstört. Was habe ich gesehen? Meine Fresse, echt. Man, unser Team ist einfach übelst unterlebend. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es fühlt sich so an. Es fühlt sich einfach so an. Ob ich auch mit einer Bombe ein Flugzeug treffen könnte. Ziemlich lustig. So muss das, ne? Ein Verkleffer. Nee, ein Flugzeug tut es jetzt nicht ab. Ja, das ist. Abschusssürf Abschusssürf Die rauchen im Pilot ausgeschaltet. Wirklich ernsthaft. Meine Fresse. Ja, die hat doch einfach 50.000 MGs. Was willst du dagegen machen, hä? Meine Fresse, echt. Schon wieder verloren. Total unnötig. Drei Abschüsse, echt. Wir haben eine Niederlage erlitten. Wir haben eine Niederlage erlitten. Hahaha. Mann. Boah, diese anderen Flugzeuge sind aber auch schlecht. Scheiße, man... Entweder wird der Flug sofort abgerotzt oder man... ...brennt komplett aus oder so ein Bullshit, echt. Useless. So, ich möchte gefechts die Raketen haben. Ähm... Jetzt noch... ...knapp... Ehm... 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 8.000 Erfahrung. Aber wie es weiter geht es in der nächsten Folge. Leute, haut rein bis, denn euer Adi von Club Internet 7. Ah ja, ne, ich habe mich immer vergessen, so wie immer. Falls ihr... Das ist euer erster Part, den ihr gesehen habt von War Thunder. Dann schaut doch mal bei den anderen rein. Also den anderen, ich glaube, 1, 2, 3, 4 Parts. Bei den anderen 4 Parts. Ähm... Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, was ich besser machen kann in War Thunder. Gebt mir Tipps oder was auch immer. Haut rein bis denne. Euer Adi von Club Internet 7.